Hallo, ich bin der Stefan von psd-tutorials.de und in diesem Video-Workshop geht es darum, wie erstelle ich Texteffekte mit Hilfe von Faden. Denn die Arbeit mit Faden ist jetzt im ersten Moment, denkt man vielleicht, ein bisschen kompliziert, dabei ist es wirklich relativ einfach und wie einfach das ist, das möchte ich jetzt zeigen. Ich erstelle erstmal ein neues Dokument, entweder Steuerung N oder Datei Neu. Für diese Bildschirmauflösung nehme ich ganz gerne 800x600, 8-Bit reiche ich mir im Grunde aus. Und dann, okay, gut, jetzt werde ich einfach mal einen Text erstellen. Okay, hier, psd, schön groß, okay, hier in der Mitte rein und mit F7 rufe ich mir mal mein Ebenen-Bedienfeld auf. Und jetzt kann ich mit der rechten Maustaste genau hier klicken, nicht hier rein, sondern hier, beziehungsweise da, wo der Name ist. Und zwar kann ich jetzt sagen, dass ich aus meinem Text einen Arbeitspfad erstellen möchte. Dazu klicke ich hier einmal an, jetzt sieht man vielleicht nichts, was hat er denn jetzt gemacht? Doch, er hat was gemacht. Und zwar blende ich jetzt einfach mal diese Ebene aus, denn sieht man, habe ich hier einen Pfad. Und den kann ich mir mal auch ganz genau anschauen im Fade-Bedienfeld. Das ist ganz praktisch, dass ich hier direkt daneben ist, neben dem Ebenen-Bedienfeld. Und hier ist mein Arbeitspfad. Das hat er jetzt direkt aus dem Text gemacht. Ich kann jetzt auch mal ranzoomen mit Steuerung Plus. Sieht alles sehr, sehr schick aus. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel mit dem direkt außer Werkzeug einmal hier anklicken und daran noch ziehen, also sprich die Buchstaben noch verändern, also richtig individuell gestalten. Das kann ich alles machen, aber ich mache jetzt mal wieder rückgängig, brauche ich jetzt erstmal nicht, um noch was zu zeigen, wie ich einen schönen Effekt machen kann. Und zwar ist es eigentlich immer die gleiche Herangehensweise. Also ich kann nämlich auf diesem Pfad meinen Pinsel entlang laufen lassen. Also sprich, wenn ich jetzt hier mir den Pinsel schnappe, nehme ich mir hier meinetwegen einfach hier so eine Standardgröße. So zum Beispiel. Erstelle eine neue Ebene. Dann könnte ich jetzt hier lang gehen und selber lang laufen mit meinem Pinsel. Sieht jetzt nicht wirklich gut aus. Mache ich jetzt nochmal rückgängig mit STRG Z. Im Pinsel-Bedienfeld kann ich noch allerlei Sachen einstellen, wie zum Beispiel den Abstand ändern, sodass hier zum Beispiel aussieht wie eine Kette. Und wenn ich jetzt daran losmale, sieht das hier schon ein bisschen besser aus. Aber ich muss das jetzt hier ganz genau treffen alles. Also man sieht jetzt schon, mit der Maus habe ich nicht sehr, sehr viel Kontrolle darüber. Sieht jetzt nicht unbedingt professionell aus. Wie kann ich das besser machen? Das geht mit Hilfe von meinem Arbeitsvater, den ich erstellt habe. Die Kugeln sind jetzt vielleicht ein bisschen groß, die mache ich mal ein bisschen kleiner. Ungefähr so. Zwölf Pixel sollte langen. Und ich könnte jetzt hier nochmal auf Fade rauf gehen. Jetzt kommt der super Clou. Und zwar rechte Maustaste kann ich jetzt drücken. Und dann sagen, ich möchte jetzt hier meine Fadkontur füllen. Das gleiche geht auch, wenn ich jetzt hier auf dieses Symbol drücke, Fadkontur mit Pinsel füllen. Ja, das möchte ich ganz gerne machen. Und schon hat das hier ausgeführt. Sofort. Sieht richtig gut aus. Allerdings, ich mache nochmal rückgängig, Steuerung Set, habe ich hier nicht ganz so viel Kontrolle, wenn ich auf dieses Symbol drücke. Gegenüber hier, wenn ich mit der rechten Maustaste drücke, Fadkontur füllen. Weil hier kommt noch ein Dialog. Und der lässt mir die Aussage, ob ich hier Druck simulieren möchte. Also ob ich jetzt hier mit dem Pinsel ein bisschen doller aufdrücke. Also sprich, die Kugel wird eben ein bisschen größer oder eben ein bisschen kleiner, wenn ich nicht ganz so doll aufdrücke. Also so wie es im echten Leben auch ist. Also ich mache das mal als Häksel raus. Dann sieht man, habe ich jetzt hier meine kleine Kette überall gleichmäßig verteilt. So, möchte ich jetzt hier diesen Arbeitspfad erstmal nicht sehen, kann ich den auch unter Ansicht bei Einblenden, Zielpfad, dann ausblenden. Dann kann ich mir das ganz genau mal angucken. Und ja, ich mache jetzt nochmal rückgängig, Steuerung Set, blende mir hier wieder das ein, Zielpfad, sonst funktioniert es leider nicht. Gehe jetzt hier nochmal rein in meinen Pfad. Und bei dem Pinsel, da kann ich zum Beispiel auch noch andere ausprobieren. Aber ich mache jetzt hier nochmal den gleichen, zum Beispiel bei 15 Pixel und werde jetzt nochmal mit der rechten Maustaste Pfadkontur füllen. Und diesmal das Häksel nochmal rein machen, Druck simulieren. Und dann sieht man, habe ich jetzt hier eigentlich wirklich einen tollen Effekt. Da sind hier unten die Kugeln ganz klein anfangen und dann hier in der Mitte wieder groß werden und dann zum Schluss wieder klein werden. Das hat natürlich einen, ja, ich finde einen coolen Touch und ich werde es hier nochmal versuchen zu optimieren. Zielpfad blende ich mal aus und kann jetzt hier zum Beispiel erstmal den Hintergrund ein bisschen aufpumpen. Ich würde immer ganz gut, wenn ich jetzt hier auf Grundlage des Schwarz-Weiß-Verlaufs hier mal raufklicke, werde durch einen Doppelklick das Weiß verändern in ein ziemlich dunkles Blau, ungefähr so. Und jetzt mit einem radialen Verlauf das einfach mal aufziehen. Und zwar eigentlich ganz gerne umgekehrt, also sprich hell soll in der Mitte sein und dunkel außen. Ungefähr so sieht das nicht wirklich sehr, sehr toll aus. Ich sollte jetzt hier lieber eine andere Farbe nehmen. Das geht im Grunde ganz einfach, indem ich rechte Maustaste raufklicke und dann Fülloption. Und dann kann ich hier sagen, ich möchte ganz gerne eine Farbüberlagung haben. Hier zum Beispiel in Rot hat auch was oder aber ich will hier einfach eine andere Farbe aus, zum Beispiel Weiß. Dann habe ich hier auch einen schönen Effekt. Ich könnte jetzt hier den noch weiter aufpumpen, indem ich jetzt hier abgeflachte Kanten oder zum Beispiel Schein nach außen nicht ganz so groß, zum Beispiel so, dass es ein bisschen leuchtet. Leuchtet, hier ein bisschen, dass es mehr knallt. Das kann man alles machen oder hier zum Beispiel farbig abwedeln drücken. Dann leuchten hier nochmal das Blau noch ein bisschen mehr. Oder aber hier noch ein Schlagschatten in zum Beispiel Rot. Rot, Modus Normal, Deckkraftmisse runter. Also man kann hier ganz tolle Effekte damit erstellen. Dann sieht das so aus. Drückt man Tabulator-Taste, dann sieht man es ganz genau. Hat jetzt wirklich einen schönen Effekt. Und ich habe jetzt hier zum Glück noch meine Textebene ausgeblendet. Die kann ich hier noch einblenden. Dann habe ich hier sogar noch eine Füllung in Schwarz drin. Und könnte jetzt auch diese Füllung zum Beispiel, rechte Maustaste, Fülloption, könnte jetzt hier zum Beispiel abgeflachte Kanten einbauen. Zum Beispiel dann diesen Modus hier ein bisschen größer. So, dass ich da nochmal einen ganz anderen Effekt dadurch erziele. So ein bisschen Glanz reinbringe. Und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Muss jetzt nicht vielleicht unbedingt super gefallen. Aber es ist jetzt ein individueller Texteffekt, den es so im Internet kaum gibt. Und das eben nur mit Hilfe von meinem Pfadwerkzeug. Ich möchte noch ganz gerne ein paar andere Effekte zeigen, die ich mit Hilfe meines Pfades erstellen kann. Dazu blende ich mir dann mit F7 nochmal meine Ebenen ein. Und werde jetzt hier Effekt Nummer 1 das einfach mal nennen. So, das kann ich jetzt ausblenden. Okay. Und hier, das meinetwegen, werde ich am besten alles in eine Gruppe reinmachen. Kann ich auch beides markieren. Und dann mit Shift-Taste auf das Gruppensymbol. Fasst das gleich in eine Gruppe zusammen. Effekt 1. Dann mache ich hier noch eine Leertaste rein. Okay. Und das blende ich dann auch aus. Alles klar. Gut. Dann werde ich am besten eine neue Gruppe erstellen. Effekt 2. Und werde daran wieder eine Textebene erstellen. Auch wieder PSD. Kann jetzt auch zum Beispiel einfach mal eine andere Schriftart auch nehmen. Zum Beispiel nehme ich jetzt einfach mal diese Schrift und werde jetzt daraus wieder einen Arbeitspfad erstellen. Erstmal wieder in der Mitte schieben. Ungefähr so. Dann rechte Maus hast du hier auf den Namen. Dann, das habe ich ja gezeigt, Arbeitspfad erstellen. Gut, dann habe ich den. Soweit. Und werde jetzt wieder die Kontur füllen. Allerdings mit einem anderen Pinsel. Vorher aber wieder eine neue Ebene erstellen. Diese blende ich wieder aus. Und welchen Pinsel nehme ich jetzt? Also ich gucke jetzt mal hier. Sieht man ja, hat Adobe Photoshop schon eine kleine Auswahl mitgeliefert. Und ich nehme jetzt einfach mal zum Beispiel diesen Stern. Ich kann ihn vorher auch mal ausprobieren. Wie das aussieht. Mit weiß. Das sieht dann so aus. Okay, hier ist eine Streuung drin, wie man sieht. Das kann ich alles hier noch einstellen im Pinsel-Bedienfeld. Dass diese Streuung nicht sein soll. Ich kann es ja erstmal so lassen. Dazu klicke ich hier wieder mit der rechten Maustaste drauf und sage, Pfadkontur füllen. Dann den Pinsel. Okay. Dann sieht man, hier kann ich eigentlich keine wirklichen Buchstaben erkennen. Ich könnte natürlich hier, wenn ich meine Ebene einblende, dann sieht man es schon wieder ein bisschen. Also könnte man das erahnen, was das für Buchstaben sein sollen. Beziehungsweise wenn ich das hier in den Vordergrund ziehe, also einen darüber, dann hat das hier auch nochmal einen kleinen netten Effekt. Kann man natürlich so lassen, wenn man es möchte. Aber so wollte ich es eigentlich nicht. Deswegen werde ich hier erstmal alles rückgängig machen. Okay. Gehe ich hier wieder auf Pfade und werde rechte Maustaste. Erst drücken Pfadkontur füllen, wenn ich hier mal Streuung rausgenommen habe und hier den Abstand noch erhöht habe. Ungefähr so. Genau, damit die alle schön nebeneinander sind. Und jetzt kann ich Pfadkontur füllen drücken. Und diesmal möchte ich keinen Druck simulieren. Und schon habe ich hier meinen Text mit solchen schönen Sternchen gefüllt. Sind mir die jetzt nicht hell genug, kann ich das gleiche einfach nochmal ausführen. Rechte Maustaste, Pfadkontur füllen. Okay. Und schon laufen die nochmal drüber und sind dann dementsprechend heller. Oder natürlich könnte ich auch, um einen ganz anderen Effekt zu erzielen, mit einer anderen Farbe, zum Beispiel Rot, drüber laufen lassen. Und eine andere Deckkraft, zum Beispiel nur so. Und jetzt nochmal Pfadkontur füllen. Und schon sieht das dann so aus. Also das kann ich alles hier einstellen, wie ich möchte. Oder zum Beispiel einfach mal ein paar kleinere. Also ich ändere einfach die Pixelgröße. Dann wieder Pfadkontur füllen. Okay. Und schon habe ich hier darin nochmal kleinere Sterne erstellt. Und dann zum Beispiel noch kleinere. Und dann sieht das Ganze so aus. Wer es mag, kann das so lassen. Ansonsten, ich mache das mal wieder rückgängig. Habe ich hier meinen Sterneffekt. Und auch diesen kann ich jederzeit jetzt nochmal ein bisschen aufpimpen. Indem ich einmal hier die Textebenen wieder einblende. Und könnte jetzt auch wieder in die Fülloptionen hineingehen. Möchte ich jetzt zum Beispiel hier noch einen Schlagschatten. Allerdings in einer anderen Farbe, zum Beispiel Rot. Dann hätte ich das so erstellt. Oder wenn ich volle Deckkraft haben möchte. Den Abstand kann ich so einstellen. Dann leuchtet es einfach nur. Oder aber zum Beispiel Schein nach außen. Hier die Weichheit ein bisschen verkleinern. Und hier ein bisschen mehr Deckkraft. Dann sieht man, leuchten die Sterne sehr, sehr. Und so kann man das natürlich dann auch einstellen. Oder ich möchte hier vielleicht eine andere Kontur einstellen. Dann sieht das gleich ganz anders aus. Also man kann da wirklich ganz tolle Sachen mitmachen. Warte mal ein bisschen weiter runter. Zum Beispiel so. Okay. Und dann kann ich hier zum Beispiel auch noch Schatten nach innen. Dann mache ich auch nochmal so ein bisschen Rot. Bisschen Deckkraft raus. Und auch hier eine andere Kontur. Also kann man allerlei Sachen einstellen. Dann hätte ich jetzt hier meinen Effekt. Und das würde dann entsprechend so aussehen. Ich blende nochmal hier unter Ansicht einblenden. Zielpfad. Den Pfad aus. Und dann sieht man, dass hier ein voller Pracht hat auch wieder irgendwas. Okay. Komme ich jetzt zum Effekt Nummer 3. Ich kann jetzt hier wieder das im Grunde ausblenden. Also die Ebenen könnte ich im Grunde einblenden. Und dann einfach hier nur die Gruppe ausblenden. Geht glaube ich schneller. So. Und dann neue Gruppe. Effekt 3. Und hier möchte ich kurz zeigen, wie man eben selber einen Pinsel erstellt. Weil ich muss ja nicht immer ständig Pinsel benutzen, die schon Adobe Photoshop mitgeliefert hat. Man will ja was Individuelles erstellen. Und dazu erstelle ich erstmal vorab wieder meinen Text. So. Könnte auch hier wieder eine andere Schriftart nehmen. Nehme ich jetzt hier mal eine ganz dicke Schrift. Okay. Guck mal, ob die noch hinpasst. Ungefähr. Ja, so. Beziehungsweise kann ich das auch ein bisschen kleiner schieben. Einfach so. Okay. Gut. Ich werde einfach mal einen neuen Pinsel erstellen, indem ich hier ein neues Dokument erstelle. Entweder Stauung N oder Datei Neu. Diesmal muss das nicht so groß sein. Reichen mir 200 mal 200 Pixel aus. Und hier werde ich in einer neuen Ebene einfach mal ein Polygon aufziehen. Allerdings mit diesen Einstellungen. Also sprich, ich möchte einen Stern haben, der 98% die Seiten einziehen soll. Okay. Und ich möchte ganz gerne 5 Zacken haben. Das sieht entsprechend so aus, wenn ich das hier mal aufziehe. Ungefähr so. Ich zoome mal rein. Ich kann es auch ein bisschen größer machen. Sagen wir mal. Ich ziehe es hier komplett so auf. So. Während ich das noch aufziehe, kann ich das mit der Leertaste verschieben. Und dann hier nochmal einen Stern. Ungefähr. So. Gut. Da habe ich hier meinen Stern. Sieht schon ganz gut aus. Und um das Eispinsel zu speichern, werde ich jetzt einfach mal die Hintergrundebene entfernen. Und dann kann ich das auch alles markieren. Und dann unter Bearbeiten. Pinselvorgabe festlegen. Funktioniert allerdings nur, komischerweise ist es irgendwie so ein Bug, wenn ich jetzt hier noch eine andere Ebene erstelle, obwohl da gar kein Inhalt ist. Das ist vollkommen komisch. Das muss ein Fehler sein, weil das hat eigentlich gar keinen Sinn. Dann sage ich Pinselvorgabe festlegen. Und dann nenne ich das einfach mal Stern. Okay. Jetzt habe ich den. Jetzt kann ich hier erstmal den Arbeitspfad löschen. Den brauche ich hier nicht. Der passt ja nicht dazu. Hier mit der rechten Maustaste auf den Namen. Wieder einen neuen Arbeitspfad erstellen. So. Da habe ich den schon. Eine neue Ebene erstellen. Gehe in die Pfade rein. Und werde jetzt mir den Pinsel aussuchen. Den habe ich hier ganz unten. Okay. Guck dir mal, ob der auch wirklich klappen würde. Ja. Sieht sehr gut aus. Aber man sieht, der ist zu groß, der Pinsel. Deswegen werde ich den ein bisschen kleiner einstellen. Ungefähr. Boah. Guck mal, ob es so passen könnte. Ist noch zu groß. Okay. Dann ein bisschen kleiner noch. Sagen wir mal 50 Pixel. Okay. So. Dann rechte Maustaste. Pfadkontur füllen. Und dann. Okay. Und schon habe ich hier meine Sterne. Ich zoome mal rein mit STRG+. Und das sieht doch auch ganz genial aus. Wenn das nicht genug leuchtet, dann sage ich einfach, bitteschön, mach das nochmal. Und schon leuchten die Sterne noch mehr. Ja. Und möchte ich das noch ein bisschen individueller gestalten, kann ich das natürlich auch machen. Indem ich hier einfach das mal rückgängig mache. Und ins Pinsel-Bedienfeld gehe. Und zum Beispiel sage, ich möchte ganz gerne noch eine kleine Streuung drin haben. Nicht ganz so viel, ein bisschen Streuung. Ungefähr so. Und dann vielleicht auch noch, kann ich jetzt hier unter Transfer einstellen, dass eben manche ausgeblendet werden, manche wieder eingeblendet. Das hat auch nochmal einen tollen Effekt. Und hier kann ich das auch nochmal beeinflussen. Ich mache das mal so zum Beispiel. Und wenn ich das jetzt hier fülle, Farbkontur füllen, okay. Dann sieht man, dass eben manche Sterne eben mehr leuchten, manche wieder weniger. Und eben auch ein bisschen versetzt ist. Und das mache ich noch einmal. Dann sieht man, ist das nicht an der gleichen Stelle, weil es immer zufällig gewählt wird. Und wenn ich jetzt hier meinen Text einblende und werde den jetzt hier meinetwegen umfärmen. Zum Beispiel in eben schwarz. Dann sieht man, wie dieser eben leuchtet. Ich kann den Arbeitsplatz auch löschen. Dann sieht das ungefähr so aus. Also mein Text leuchtet jetzt sehr. Und ich kann auch diese Ebene nochmal duplizieren mit STRG-J. Dann leuchtet es noch mehr. So wie ich das vielleicht haben möchte. Und den Text kann ich natürlich auch zum Beispiel den gleichen Effekt rüberziehen. Von Effekt Nummer 1 mit der Alt-Taste einfach gehalten. Und schon habe ich hier den gleichen Effekt. Wenn ich den jetzt hier nicht möchte, kann ich den natürlich auch noch anpassen. Zum Beispiel Farbüberladung möchte ich ihn nicht. Kann ich den ausblenden. Dann sieht das Ganze so aus zum Beispiel. Hat er auch was. Ich werde jetzt hier mal den Effekt noch ein bisschen erweitern. Allerdings möchte ich das mal einfach hier als Effekt Nummer 4. Und werde jetzt einfach mal diese Textebene kopieren. Kann ich ja mit der drückten Alt-Taste machen. Da habe ich den jetzt hier auch drauf. Und das sieht jetzt auch schon ganz nett aus. Nur durch die Ebenenstile. Allerdings möchte ich jetzt hier was anderes ausführen. Und zwar habe ich hier den Arbeitspfad schon gelöscht. Deswegen erstelle ich den einfach mal neu. Arbeitspfad erstellen. Schon habe ich den wieder. Und diesmal nehme ich. Lass mal das hier auch raus. Das Auge. Damit es ausgeblendet ist. Und werde den Stern auch wieder benutzen. Allerdings eine etwas kleinere Größe. 25 Pixel. Und hier das wieder rausnehmen. Streuung raus. Und den Abstand erhöhen. So. Und dann das mal ausführen. Dann sieht es nämlich noch ein bisschen anders aus, wenn es ein bisschen kleiner ist. Fahrtkontur füllen. Dann okay. Ja. Das gefällt schon ganz gut. Ich mache es aber noch einen Tick kleiner. Also rechte Maustaste. Ich sage jetzt mal 15 Pixel. Okay. Und jetzt Fahrtkontur füllen. Ja. Und das mache ich jetzt sehr, sehr oft. Bis es ordentlich leuchtet. So. Noch einmal. Und noch einmal. Okay. Und dann sieht es nämlich noch ein bisschen anders aus. Also hat jetzt hier so einen Effekt, als ob das hier fast so wie so ein Stoffmuster wäre. Und das kann ich hier zum Beispiel nur durch den Schlagschatten, also Fülloption Schlagschatten, noch ein bisschen besser simulieren. Ich mache es nochmal Deckkraft volle Pulle. Ich kann den Schlagschatten auch hier einfach verschieben. Ungefähr so hätte ich ihn ganz gerne. Dann könnte ich hier noch abgeflachte Kante einfach aktivieren. Und dann sieht das so aus. Also das hat auch nochmal einen netten Texteffekt. Und wie man sieht, ist es wirklich gar nicht schwer, individuelle Texteffekte zu erstellen. Ich kann jetzt hier auch nochmal zum Beispiel nochmal die ganze Gruppe duplizieren. Jetzt wird es nochmal heller dadurch. Aber das wollte ich eigentlich nicht. Ich möchte nämlich hier jetzt nochmal was anderes erstellen. Und zwar kann ich jetzt auch ganz einfach einen Gras-Effekt machen, indem ich mir jetzt hier den passenden Pinsel aussuche. Erstmal eine neue Ebene erstellen. Pinsel. Hier gibt es ja einen Graspinsel. Zum Beispiel diesen hier. So. Und jetzt ein bisschen kleiner erstellt. Okay. Farbe wähle ich jetzt hier so grün aus. Und Hintergrund ist ein dunkelgrün. Okay. Und jetzt rechte Maustaste, Pfadkontur füllen. Diesmal mache ich mit Druck simulieren. Und dann sieht das so aus. Jetzt habe ich hier so einen Rasen-Text. Und das hat doch auch was, oder? Also ich kann nochmal hier den Pfad löschen einfach. Dann sieht man das hier in voller Pracht. Und so habe ich eben ganz schnell selber einen Rasen-Text erstellt. Könnte natürlich auch hier wieder meinen Textebene einblenden. Dann sieht das so aus. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch noch ein Muster einfüge. Zum Beispiel Musterüberlagerung. Sag ich jetzt einfach mal. Nehme ich hier Gesteinsmuster. Okay. Und dann wähle ich das meinetwegen hier aus. So. Muss jetzt nur eben noch einblenden hier die Effekte. Und dann sieht das hier so aus, als ob eben das auf eine Steinplatte wäre und da wächst. Eben so Rasen. Das kann man natürlich auch machen. Und das Gute ist natürlich, ich kann das jederzeit nachjustieren. Indem ich hier in meiner Ebene selber noch mit meinem Rasenpinsel hier zum Beispiel drin noch ein bisschen rumfusche. Also sprich, dass hier noch ein bisschen mehr Rasen reinkommt. Das kann ich alles machen. Und so macht das natürlich wirklich Laune. Und Photoshop hilft mir eben dabei, eben tolle Texteffekte zu erstellen, wenn ich eben mir die Arbeit mit dem Pfad vornehme. Und das ist, wie man sieht, wirklich nicht schwer. Ich bin dann nochmal hier gleich um in 5. Okay. Und dann werde ich das mal ausblenden. Und nochmal duplizieren. Und einen letzten Effekt zeigen. So, das kann ich wieder einblenden. Das brauche ich hier nicht. Okay. Die Effekte blende ich auch mal aus. Neue Ebene. Und werde jetzt mir nochmal einen anderen Pinsel schnappen, wie das damit aussieht. Jetzt könnte ich zum Beispiel hier diesen Blätterpinsel, die verstreute Ahornblätter nehmen. Und man sieht ja schon die Größe, welche jetzt mehrmals klicke. Das ist hier auch wieder eine Streuung voreingestellt. Die nehme ich jetzt einfach mal direkt raus. Also ich drücke jetzt mal rückgängig. Und jetzt hier im Pinsel-Bedienfeld die Streuung einfach mal deaktiviert. Und ich sehe hier den Abstand. Den möchte ich auch nochmal ein bisschen erhöhen. Ungefähr so. Und hier bei Winkeljitter ist immer ganz genial. Da kann man nämlich sagen, dass eben jeder zweite Pinsel sozusagen einfach mal individuell gedreht wird. So ist dann alles auch ein bisschen durcheinander. Und nicht so gleich. Muss ja nicht alles hier spalierend stehen. Sondern ein bisschen Bild durcheinander gewürfelt. Und ja, da bin ich damit im Grunde einverstanden. Hier bei Farbeinstellungen ist auch nochmal eingestellt, dass jetzt hier eben auch nochmal die Farben geändert werden. Also dass sie nicht immer gleich sind, sondern ein Wechsel der Farben dann entsprechend sich ändert. Wenn ich das hier so einstellen würde, würde immer jetzt die gleiche Farbe sein. Und wenn ich das jetzt auf volle Pulle ändere, dann würden sich jetzt hier die Farben entsprechend komplett ändern. Ändern, also sehr, sehr bunt. Ich mache das mal so, wie es voreingestellt war. Und kann das jetzt so lassen. Dann würde ich sagen, okay. Das entferne ich erstmal alles. Und jetzt geht es auch schon wieder los. Auf meinen Pfad, den ich erstmal noch erstellen muss. Hier rechte Maustaste. Dann Arbeitspfad erstellen. Da habe ich ihn auch schon. Jetzt rechte Maustaste. Und bin ich auch in der richtigen Ebene? Nein. Man sieht, ich muss erstmal auf meine leere Ebene auch sein. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Dann rechte Maustaste, Fahrtkontur füllen. Und dann, okay. Jetzt sieht man, hier sind die Blätter wieder ein bisschen kleiner. Sieht jetzt vielleicht nicht unbedingt sehr, sehr gut aus. Deswegen, hier ein bisschen kleiner noch stellen. Ungefähr so. Und dann nochmal Fahrtkontur füllen. Und diesmal das Häkchen rausnehmen bei Druck simulieren. Das sieht nämlich nicht jedes Mal gut aus. Und schon habe ich hier meine Buchstaben fertig. Und das sieht doch sehr, sehr schön aus, oder? Und jetzt zum Schluss möchte ich nochmal einen Tipp geben. Das Füllen der Kontur auf dem Pfad funktioniert natürlich nicht nur auf Text, sondern auch auf alle anderen möglichen Pfade. Also sprich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich blende das mal da aus, neue Gruppe. Und werde jetzt hier einfach mal mit dem Zeichenstift-Werkzeug hier eine Linie erstellen. Hier kann ich ja dran ziehen. Mit gedrückter linken Maustaste hier so ein bisschen ziehen. Und hier. Und bei Wink ist dann hier wieder so. Hier kann ich an den Griffen noch ziehen. Mit dem direkt außer Werkzeug, damit es ja ein bisschen geschmeidiger aussieht. Zum Beispiel so. Dann kann ich diese Linie natürlich auch füllen. Also ich stoppe mir jetzt wieder irgendeinen Pinsel. Ich stelle hier eine leere Ebene. Ich wähle mir jetzt hier mal einen anderen Pinsel aus. Zum Beispiel nehme ich jetzt, das haben wir hier noch zur Auswahl. Wenn es hier nicht wirklich eine große Auswahl ist, kann ich auch immer noch gucken, ob hier zum Beispiel noch Pinsel nachgeladen werden können. Zum Beispiel hätte ich ganz gerne hier verschiedene Spitzen noch angefügt. Und dann sieht man, habe ich hier noch ganz viele andere zur Auswahl. Und dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel diesen hier nehmen. Oder hier Explosionen klein. Muss mal gucken. Das sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Das sind auch schöne Sternen. Die muss man also gar nicht unbedingt immer selber erstellen. Oder was kann man noch hier nehmen? Zum Beispiel hier diese Schneeflocken. Das ist auch sehr schön. Okay, es soll hier eine Schneeflockenstraße werden. Und dann kann ich hier sagen, rechte Maustaste, Fahrtkontur füllen. Dann okay. Und hier sieht man, okay, den Abstand, den hätte ich erhöhen müssen im Pinselbedienfeld. Also hier Abstand erhöhen, dass die Schneeflocken schön dicht nebeneinander sind. Und auch hier bei Formeigenschaft kann ich hier den Winkel natürlich noch ändern, dass die Schneeflocken nicht gleichmäßig sind, sondern ein bisschen durcheinander. Und vielleicht ein klein bisschen Streuung auch. Nicht ganz so viel. Mach es doch mal so ungefähr. So. Ungefähr. Ja, so hätte ich es ganz gerne. Und die Anzahl reduziere ich. So. Gut. Und dann rechte Maustaste, Fahrtkontur füllen. Okay. Und schon habe ich hier meine Straße fertig mit den Schneeflocken. Das kann ich hier auch wieder entweder löschen oder eben einfach nur ausblenden. Und das ist natürlich eine tolle Sache. So muss man nicht selber da langpinseln, um das genau so zu treffen, wie ich das haben möchte. So könnte ich jetzt hier, wenn ich die Schneeflocken individuell reinmalen möchte, kann ich das auch entweder normal mit dem Pinsel machen. Also wenn ich jetzt hier lospinsel, aber es sieht eben nicht so sehr, sehr natürlich aus. Dann kann ich hier jetzt nochmal löschen und könnte jetzt auch hier zum Beispiel mit dem Zeichenstift-Werkzeug einfach mal ein paar Linien erstellen. Und dann wieder ab ins Pinsel-Bedienfeld. Und dann sage ich hier, ich möchte diesmal schon eine bessere Streuung haben. Also hier Streuung bis Erhöhen und dann die Anzahl auch erhöhen. So. Und dann kann ich sogar noch sagen, dass eben bei Transfer die Deckkraft auch runter geht bei manchen. So zum Beispiel. Und dann rechte Maushaste, Fahrtkontur füllen. Okay. Und schon habe ich hier meine Schneeflocken sehr, sehr schnell erstellt. Also könnte man es natürlich auch machen. Oder aber wenn ich so faul bin, selber solche Formen aufzuziehen, ja, dann nehme ich eben vorhandene Formen. Dabei meine ich nicht jetzt hier irgendeinen Text oder so, sondern ich erstelle jetzt mal hier wieder eine neue Gruppe. Effekt 8. Und dann kann ich hier zum Beispiel einfach mal erstmal hier den Arbeitspfad löschen. Der stört mich. Dann kann ich hier zum Beispiel einfach eigene Formen mir schnappen. Wichtig ist dabei, dass ich das als Pfad erstellt haben möchte. Also nicht als Formebene, sondern als Pfad. Dann kann ich hier mir eine schöne Form auswählen. Wenn mir die nicht reichen, kann ich hier noch weitere hinzuladen. Und dann kann ich hier zum Beispiel dieses Herz hier nehmen. Dann kann ich das hier aufziehen. So, da habe ich hier ein schönes Herz an sich. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Herzpinsel. Den kann ich ja schnell selber erstellen. Ich erstelle wieder ein neues Dokument mit STRG N. Ziehe hier auch nochmal ein Herz auf. So, ungefähr. Allerdings diesmal als Pixelebene oder Formebene, das wäre jetzt in meinem Fall egal. Und bevor ich das mache, eine neue Ebene erstellen. So, jetzt habe ich hier mein Herz. Und diese Hintergrundebene blende ich aus. Danach markiere ich mit STRG A alles. Und dann sage ich, Pinselvorgabe festlegen. Das ist mein Herz. Dann gehe ich wieder zurück in mein Dokument. Und könnte jetzt hier in einer neuen Ebene, die ich hier erstelle, in meinen Arbeitspfad mit roter Farbe zum Beispiel. Pinsel, den lade ich jetzt hier. Das hier mein Herz. Das ist natürlich ein bisschen groß. Stelle ich ein bisschen kleiner ein. So zum Beispiel. Und dann könnte ich jetzt hier sagen, Fahrtkontur füllen. Und schon sieht das so aus. Ist jetzt nicht wirklich hübsch. Deswegen muss ich hier mal wieder den Abstand ändern. Ich vergesse es immer wieder. Das kann nicht wahr sein. So, hier. Okay. Und jetzt, bitteschön, noch einmal. Richtige Mauslaste, Fahrtkontur füllen. Und schon habe ich hier ein schönes Herz erstellt. Das ging auch wirklich einfach. Oder aber möchte ich das noch ein bisschen spektakulärer haben. Manchmal rückgängig. Dann kann ich hier auch in mein Pinselbedienfeld einstellen, dass ich hier eine kleine Streuung drin haben möchte. Klein heißt aber auch klein und nicht ganz so hoch. Anzahl reduziere ich auch ungefähr. Ja, so zum Beispiel. Und dann kann ich hier auch nochmal. Na doch, ich erhöhe mal die Anzahl. So zum Beispiel. Allerdings erstelle ich jetzt hier bei Transfer eine Transparenz. Ungefähr so. So. Und dann sieht das Ganze hoffentlich gut aus. Ich habe es vorher noch nicht probiert. Gucken wir mal. Fahrtkontur füllen. Dann okay. Und schon sieht mein Herz so aus. Und das sieht doch genial aus, oder? Also ich werde jetzt mal die Arbeitsfahrt löschen. Den brauche ich jetzt nicht mehr. So. Und dann habe ich hier mein Herz. Sieht doch cool aus, oder? Könnte natürlich auch hier zum Beispiel mein Herz hier nochmal aufziehen. Das habe ich ja unter eigener Form. Kann ich auch machen. Allerdings diesmal hier heißt Formebene. Dann ziehe ich das hier auch nochmal so auf. Ungefähr so. Und könnte jetzt hier zum Beispiel Deckkraft noch ein bisschen runternehmen. Und dann noch einen Verlauf einstellen. Verlaufsüberlagerung. Dann hätte ich ganz gerne Radial. Und zum Beispiel so. Allerdings umgekehrt. Dass hier noch ein bisschen Leuchten drin ist. Dann okay. Dann sieht das Ganze so aus. Also das kann man machen, wie man will. Also einfach mal experimentieren. Ich könnte auch hier. Mir fallen immer so viele Sachen ein, die man machen könnte. Zum Beispiel abgeflachte Kanten. Könnte ich jetzt hier ganz groß machen. So zum Beispiel. Ein bisschen mehr weichzeichnen. Und dann würde das Ganze so aussehen. Hier vielleicht noch Schein nach außen. Damit das noch ein bisschen spektakulärer aussieht. So zum Beispiel. So. Und die Deckkraft nehmen wir ein bisschen höher. So. Und dann habe ich hier mein Herz auch mal wieder einen tollen Effekt erstellt. Also ich könnte so viele Sachen machen. Also es gibt wirklich eine Million Möglichkeiten. Und noch mehr wahrscheinlich. Und ja. Damit wollte ich einfach nur zeigen, wie einfach es ist, tolle Effekte hinzubekommen. Und das einfach nur mit Verbindung von Faden. Ja, ich hoffe, der Workshop hat gefallen. Man konnte wieder viele Tipps mitnehmen. Und ihr seid auch beim nächsten Workshop dabei. Ich würde sagen, in diesem Sinne. Das war der Stefan von psd-tutorials.de. Tschüss.